Ja hallo und herzlich willkommen bei Torhals Let's Plays. Das werdet ihr hier auf dem Kanal sehen. In erster Linie natürlich Let's Plays von mir selber, wobei starten werde ich mit Fallout 3, das habe ich ja schon mal angekündigt. Fallout 3 ist allerdings zugegeben ein sehr lange Spiel in einer Open World und daher werde ich nach einer gewissen Zeit ein zweites Game starten. Hierbei schwanke ich zur Zeit noch zwischen Seath, was reizt mich durchaus schon, aber genauso lieb äugle ich eigentlich schon seit langem mit der Serie von Bioshock oder auch als Science Fiction Fan mit den Dead Space Serien. Bei Dead Space reizt mich ganz besonders Dead Space 3, weil ich dort ganz gerne mit jemandem zusammen den Koop-Mond ausprobieren würde. Sollten dann noch Lust und Zeit irgendwo vorhanden sein, möchte ich ganz gerne ein paar der kommenden Indie Games des Jahres 2014 zumindest mal anspielen, solange die auch noch kostenfrei zu bekommen sind. Im Bereich Tutorials würde ich doch schon ganz gerne nochmal auf Software eingehen, rund um das Let's Play als solches. Es gibt natürlich bei YouTube schon einige Anleitungen dazu, aber häufig lassen die doch schwer die Qualität vermissen und irgendwelche Crack-Anleitungen benötigt auch kein Mensch. So, das zumindest mal ist der erste Ansatz zu den Themen dieses Kanals, ob das ausschließlich so bleibt oder ob es sich noch ändert, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ich hoffe zumindest mal der erste Eindruck gefällt euch und wünsche euch auf alle Fälle jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Ja, und gehabt euch wohl.